heute haben wir den 11.2. da sind wieder ein haufen lichter am himmel da ist uns das kann man ganz gut sehen ich halte die kamera jetzt wieder in der hand so wackelt es ein bisserl, gehe ein bisserl weg also da man sieht es gut, dass das ein buntes licht am himmel ist dann da drüben hat, wo ist es? da das ist immer schwer, mit dem auge sieht man es besser auch da, da ist auch eins da, siehst du, das ist das zweite das fliegt jetzt ein bisserl umeinander da hinten das hat eine schönere farbe, wie das andere also ich sehe jetzt gerade wieder vier stück, fünf stück eigentlich das andere ist da da oben, das ist das dritte das sieht man auch ganz gut hoppla, da das ist auch ein bisserl weiter oben und dann und dann weiß nicht ob ich die auch hier kriege weil die sind ein bisserl schlecht zum sehen das ist das vierte das sind auf jeden fall zwei stück da oben sind die zwei noch das sind zwei nebeneinander aber die sind so hoch oben da ist auf jeden fall eins also die kamera schreit jetzt nicht mehr aus weil das zu viele schwankungen sind schreit sie sich von allein aus da oben sind zwei da hinten sind ein paar so das da kann ich gut das da kann man auch ganz gut sehen das leucht auch ganz gut da unten ist das da da oben da ja das ist wieder das orange das ist mehr orange orange bunt das nehme ich noch ein bisserl auf weil das sieht man ganz schön ja aber ungefähr zehn stück zehn stück sind heute am himmel oben weil jetzt bin ich extra rausgekommen zum schauen und es sind ein haufen licht auf jeden fall da ja gut passt schon für heute jetzt also zehn stück sind ungefähr am himmel aber da neben dem ist auch gleich noch eins das ist auch noch eins das ist neben dem orange wo es so viel leicht hat grad das orange ist ein bisserl das sieht man am schönsten das kommt heute am besten mit der kamera ja also zehn lichter sind es auf jeden fall heute am himmel überminnen sollen dann weiß ich klar ciao ja 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 ja